Ich bin im Oma-Paradies, mein Freund. Danke, Ivantu. Danke, danke, mein eumeliger Freund. Warum ist die Banane krumm? Ja, weil die unter den Blättern her zum Licht wächst. Ist doch ganz klar. Aber da sind ja eh keine wilden Bananen, die wir so essen. Wir essen ja eh so eigengezüchtete. Also richtige Bananen sind ja eigentlich sogar anders. Sie sehen eigentlich sogar ein bisschen anders aus. Oh, da vorne ist jetzt einer ges... Okay, wir können sterben. Ach, der ist nicht hingegangen. Ach, da ist auch nochmal... Shit. Ich wusste, ich habe jemand vergessen. Danke, Ivantu. Danke. So, wir warten mal ab. Da kommt ja gleich 100 pro hier hin. Ey, wir können von hinten... Ich hoffe, dass das... Ja, wir machen es mal lieber hier mit. Der wird ja bestimmt hier hinkommen. Leider kein Scope, aber das sollten wir auch ohne hinkriegen, glaube ich. Der wird ja, denke ich, mal close sein. Wenn ihr hier da langläuft... Aber ich möchte doch Burst. AKM, mit freundlichen Grüßen. Ne, lassen wir mal so. Jau. Jau, jau. So, lassen wir das. Zum Beispiel auch das Zweierscope, so auf der AKM, ne? Mit dem Rückstoß finde ich eigentlich voll kacke. Aber ich habe jetzt gerade nichts besseres. Endlich wieder AKM. Oh Mann, ey. Die gibt es einfach zu oft. Diese Dreckswaffe. Aber manchmal findet man auch... ...in einem Spiel irgendwie 12 M16s. Und keine SCAR oder M416. Ich habe auf jeden Fall mindestens zwei Häuser... ...weil ich nicht im oberen Stockwerk, ne? Weil ich so schnell hier durchgegangen bin. Was sagt eigentlich die Zone? Oh, so gut. Sehr gut. Okay, adios AKM, du Arschding. Er saugt. Oh! Hätte ich nicht gedacht, dass ich... ...den Drop sehe, ehrlich gesagt. Warte, da gehen wir aber mal hin. Das war eher einfach mal nur so ein... ...Blick in den Himmel. Ich habe mir gar nichts versprochen dadurch. Wie viele Leute sind hier gelandet? Auf jeden Fall mehr. So mal YOLO. So einfach sofort hin. Der Erste sein, YOLO. Der Erste am Drop stirbt immer, aber... Von hier kommt immerhin nix. Fuck. Du hältst mich nicht auf. Okay, folgendermaßen. Falls da doch einer auf draufsnipern sollte, will ich ein bisschen mehr Leben haben. Oh, scheiße. Okay. Kack drauf. Ich habe keine Lust auf die M249. Oh, warte mal. Die wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Wir haben auf jeden Fall genug Muni. Spray and pray. So, wo ist dieser eine scheiß Gehle, der auf mich geschossen hat eigentlich? Dem würde ich ja gerne nochmal meine Meinung sagen, ne? Ich fand, ich fand, das war... Ich fand, das war ungehobelt. Ich glaube, das kam von den Hochhäusern. Sichel. Weißt du, wahrscheinlich habe ich deswegen auch das Spiel nicht gewonnen. Weil ich einfach keine Sichel mitgenommen habe. Brauche ich eigentlich mehr Muni? Oh Gott, ich habe so viel Muni, ne? Ich schieße gleich auf alles im Dauerfeuer. Auch wenn ich glaube, ich treffe das nicht. Wenn ich irgendwo in 600 Metern ein Fahrzeug sehe, ich schieße einfach Dauerfeuer drauf. Vielleicht mache ich so einen komischen Headshot auf einen, der wenig Leben hat. Und, äh... Kann ich sagen, das war Skill. Ist das so ingrimmisch? Ja, schauen wir mal. Hier kommt ein Auto. Boah, nee, ey. Hätte der nicht drei Sekunden später kommen können? Soll ich den abballern, wenn der wieder zu seinem Auto geht? Soll ich mich einfach mal neben sein Auto legen? Neben sein Auto legen, wenn er einsteigt, mit einsteigen. Reinsitzen sieht man leider. Ich kann mich reinsitzen, aber dann schießt er mich bestimmt, wenn er kommt, einfach ab, weil man das so gut sieht. Ich könnte mich aber dahinter legen. Und dann, wenn er kommt und einsteigt... Ja, die Chance, dass er mich sieht, ist schon hoch, so. Ich könnte es mit einer Nate machen. Man kann ja jetzt so lange halten, wie man will. Warte ganz kurz, ganz bitch. Warte ganz kurz, wenn ich echt den jetzt verpasse. Okay, ich glaube, ich habe Zeit. Danke für deinen Support, mein Freund. Danke für die 11-11. Danke für die 11-11, mein Freund. Merci. Auch zweimal. So, der hat eine Mini-14. Auch nicht, scheiße. Der hat sogar nur eine Saiga und eine AKM. Was, Alter? Der hat ja... Der hat die Loot-Lotterie aber auch nicht gewonnen, der Typ. Okay. Wir machen das so. Die Munition reicht schon. Das hier nimmt halt viel weg, ne? Aber ich warte immer noch auf eine Mini-14. Also... Ich dachte, du machst was Cooles. Ja, das klingt immer richtig geil. Aber das hätte 100 pro so nicht geklappt, glaube ich. Bei einem UAZ hätte ich das gemacht. Der Dutcher ist ein bisschen zu schmal. Also wenn wir demnächst mal ein UAZ sehen und wir kommen in so eine ähnliche Situation, wo irgendeiner sein... Oh, guck mal, da kommt einer mit dem Boot an. Dann machen wir das. Der Dutcher ist mir ein bisschen zu klein, so. Oh, das ist ein Kili. Wo ist der? Da. Warte mal, der muss nur von dem Baum weg. Nicht, dass er in Deckung geht. Oh mein Gott, der ist ernsthaft in eine coole... Oh. Aber manchmal hasse ich diese Lackhanne. Gib mir die Waffe. Gib mir die Waffe. Da springt er ernsthaft in so eine Kuh, dass ich die nicht mehr sehe. Ich hasse es. Ich dachte, es wäre ebener. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Hey, zum Glück haben wir die Dingens behalten, ne? Die Attachments. Nehmen wir auch nochmal das Achtfach mit. Wollte ich sagen. Oh, der geht bestimmt zum Drop. Doch nicht. Der bleibt an dem Haus. Okay, ich dachte, der geht zum Drop. Oh, shit, Alter. Kommt der hier hoch? Der hat aber schief gehen können. Der hat die Mini-14, aber die brauche ich nicht. Fuck, 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 fuck. Huh. Das war aber knapp, Mann. Ich glaube, ich nehme mir jetzt mal die Dreierrüstung, die der eine da hatte. Jetzt ist mal der Zweier ja eh gleich tot. Meine Zweierweste ist tot. Geht hier wieder einer auf den Berg. Das kam auf jeden Fall von da. Der hat auf den schießt, war das bestimmt. Geh mal hier zu dem Berg mit meinem Ghillie. Sniper so ein bisschen. Mein Gott, die kommen ja alle angefahren. Hey, Topsons. Oh, der hat drei Hits kassiert. Scheiße. Oh, Mann. Drei Hits haben wir dem gegeben. Schade. Fuck, fuck, fuck. Mann. Wir schießen jetzt auf mich. Lass mich. Ich komme nicht dazu, hier irgendwas zu machen. Weißt du? Ich komme einfach nicht dazu. Wer auch immer das war, der hat echt massig genervt. Ghillie auf dem Motorrad und reinbrettern. Ich könnte natürlich auch den Dutchia von dem nehmen, ne? Aber wir laufen mal. Ich habe nur nicht das Gefühl, dass ich hier unentdeckt irgendwie langlaufen kann. Hier ist was. So, genau. Lauf weg. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Du hast nichts in dir geschlossen, huh? Nein, 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 nein. Oh, ho, ho. Rektaroni, Pampeloni. 100 Schuss. 6 nimm ich mir nochmal. Wir können leider immer noch verlieren. Das ist das Problem. Auch wenn die Runde, sag ich mal, eigentlich voll nice war jetzt. Der Win ist leider noch nicht drin. Und gleich hier die Häuser, das ist das Problem. Ich kann quasi hier in den Rand, in die nächste Zone rein, aber wenn die danach dann hinten an den Häusern ist, dann bin ich tot. Also da kann ich dann wahrscheinlich nichts machen, außer ich habe unterwegs noch ein bisschen... Quikko! Vielen, vielen Dank für deinen Sub und willkommen im Oma-Paradies, mein Freund. Und ich danke dir. Ah, da hat meine Schulter geknackt. Danke, mein Freund. Danke, danke. Hier ist ja noch irgendeiner reingerannt, ne? Habe ich eigentlich mal nachgeladen? Nee. Hier so mal auf dem Berg zu stehen, ist eigentlich auch nicht geil. Oh, scheiße. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich muss das gewinnen. Ich muss das gewinnen. Bitte sag mir, dass du eine Dreierwiste hast. Der hat gar keine Wiste mehr. Ich habe sie ihm zerstört. Scheiße. Wer war der andere Dude, der auf mich geschossen hat, ey? Ich weiß nicht von wo. Nee, das ist EU. Ich sage ja, auf meinem Skill sieht einfach EU auch aus wie Asia. Okay. Egal, ich will mich jetzt nicht auf die Häuser versteifen, sonst kommt einer nach hinten. Abgehoben. Nächste Zone entscheidet den Sieg, ja. Wenn die an die Häuser geht, bin ich rib, ey. Echt traurig, wenn man so sterben muss dann. Das wäre echt traurig für diese Runde hier. Die Runde ist schon ein bisschen lächerlich. Okay. Das Haus ist noch drin. Der Typ in dem Haus, der lacht sich bestimmt gerade ins Fäustchen, ey. Wenn wir Glück haben, guckt er nachher aus dem Fenster und wir können dem einen Headshot geben oder so. Aber wer auch immer in diesem Haus ist. Was? Was war das denn? Ey! Ladehemmung oder... Was zum... Ich konnte nicht schießen! Ich wollte drücken, dann macht er... Der Typ wird auf jeden Fall nicht in den Rücken geschossen. Das ist schon weird. Okay. Seit wann gibt's Ladehemmung in Battlegrounds, Mann? Was komisch ist, der wird nicht abgeschossen. Der muss da im Haus sein. Der hat eine Shotgun? Oh! Diese Runde! Oh! Diese Runde war ja so geil! Oh! Die Runde war super, Leute. Die Runde war super, Mann. Richtig cool. Weng fly! Weng fly in den Chat, Leute! Das ist doch, wenn ich rumfliege! W-Wat ist los? Wo ist das im Chat? Ah, ja! W-Wat ist einccinasser Satz! Untertitelung des ZDF, 2020